Guten Tag, mein Name ist Jérôme Luling und wir lernen uns ein bisschen weiter. Heute spielen wir ein Spiel mit Voice Recognition. Das macht nur eine Simulation, das noch nicht komplett, wir probieren mal, ob alles klappt. Also, der hat dort Befehle nach oben, nach links, nach rechts und nach innen. Da fangen wir gleich an. Start, nach rechts, nach oben, nach rechts, nach rechts. Stopp, nur jetzt, Stopp, nur innen, Stopp, nur innen, Stopp, nur jetzt, Stopp, nur oben, Stopp, nur oben, Stopp, nur jetzt. Also, Level 1. Kommen wir bei Level 2. Start, nur, oben, Stopp, nur, riertz, Stopp, nur, oben, Stopp, nur längz. Längs, stopp, nu uren, stopp, nu rätts, stopp, nu innen, nu rätts, nu innen, stopp, nu innen, stopp, nu rätts, stopp, nu uren, nu uren, stopp, nu längs, stopp, nu rätts, voilà, sind ich am Level Nr. 3, probieren wir den nach, start, nu rätts, stopp, nu uren, stopp, nu rätts, stopp, nu uren, stopp, nu uren, stopp, nu rätts, stopp, nu rätts, nu uren, stopp, nu längs, stopp, nu längs, stopp, nu längs, stopp, nu rätts, nu rätts, voilà, Level Nr. 4, boah, dat geht dan immer so weiter, Voice Gaming, dat fiel ich schon ein feil sag, vorma dat viert Lützebüge stätten, mir boah, dat war mal ein klang Demonstration, an dat, waret och schon ees? Voice, vielmals, merci für eure Aufmerksamkeit, bis hoffentlich geschwun, au revoir.